recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft und zwar das ganze mit dem knolle genau hallo und wir sind am fuhrwerken hier an der kathedrale immer noch ist ja unser derzeitiges projekt und wir müssen gucken dass wir jetzt eigentlich erstmal wieder steine kriegen weil das ist etwas auch gut ich gehe dann mal ihren keller ich glaube ich weiß jetzt gar nicht ach ja ich glaube letztes mal abgebaut aber in den ofen gesteckt naja dann werden die wahrscheinlich mit der zeit fertig und jetzt müssen wir hier einfach nur steine kriegen irgendwie fehlen mir glaube dingen ist auch kerzen gleich noch beziehungsweise fackeln sind es ja hast du noch welche ich glaube ich habe mich gar keine ah das ist ja cool da vorne ist irgendwie kies oder was ist das da weiß ich auch nicht hier unten in der ecke was ist das wo ich jetzt bin es kies oder das andere steine und ich glaube noch gar nicht habe ich noch nie gehabt kann das sein kann man hast ein wohnwagen gebaut meinst du weiß ich gar nicht mehr diorit heißen die ich glaube die brauche ich aber nicht abbauen oh hier ist kohle ja das ist gut glaube ne das glaube ich auch kohle ist auch wenn eine kohle ab und jetzt noch mehr kohle Aber jetzt ist es Club weg. Wir haben ja auch noch alles. Ja. Oh, meine Axt ist kaputt. Jetzt haben wir mal die Kohle schon am Auge. Ja, hab ich gerade gesehen, dass ich nur was vergessen hatte. Aber ich hab keine Axt mehr und es ist dunkel draußen, kann da sein. Jo, ist tatsächlich dunkel draußen. Da ist irgendwie was die Decke eingestürzt. Nein. Nee, so, ich muss etwas spielen, dann glaube ich doch nicht. Ja, ich muss mal schlafen, ne? Ich lieg schon. Achso, okay, dann gehen wir erst schlafen. Ich hätte jetzt gerne noch was in den Ofen. Bringt das was? Weiß ich nicht. Nee, glaub nicht. Gut, dann lass uns erst schlafen. So, dass du es gleich nicht machen musst. Nee, das reicht. Oh, schade, hat nicht funktioniert. So, aufgestanden, weiter geht's. So. Drei Steine nur noch drinnen. Die können da rein. Wären die denn auch gegangen zum... Ah, die kann man auch verarbeiten, diese Diorit oder wie sie auch immer heißen. Ich glaub nicht zum richtigen. Aha. Die Steine nehme ich da schon mal raus. Und baue vielleicht schon ein Stück weiter, während du vielleicht nur abbaust. Oder wie machen wir das? Ach, da ist noch ein Stack mehr, sehe ich gerade. Auch schön. Ich guck mir das grad mal an, weil davon haben wir... Das geht eigentlich vom Aussehen her. Ich weiß nicht, hast du welche gebaut? Ja, guck mal. Das ist jetzt so ein Klotz hier, oder was? Mhm. Kann man den irgendwie backen auch und dann einen anderen Stein rausmachen? Das geht auch. Ja. Wie sieht der dann aus, ist die Frage. Ja, ich hab schon welche reingelegt, das geht. Müssen wir grad einmal tauschen. Machst du das gerade? Nö, warte mal. Wir können ja auch einen neuen Ofen machen erst. Oder wir machen das. Ja, das kann ich sein. Aber ja... Gut, dann machen wir das doch gerade. Dass ich später durchgucken kann. Aha. Grafikeinstellung. Nee, geht doch nicht. Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin, dass das geht. Gut. Ich hab jetzt auf jeden Fall wieder Steine. Minecraft-Blöcke sind schlau. Äh... Es gibt eine Außenseite. Wo sind sie denn da unten? Durch die andere Seite kann man nicht durchgucken. Da hab ich gerade... Jetzt kann man... Da ist keine Textur drauf. Okay. Ach, das sieht schön aus hier. Flop. Hallo den Fisch. Flop. So, wofür sind wir denn hier stehen geblieben, weiß ich auch nicht mehr. Ach so, hier ist ein Boden noch zu machen. Vielleicht sollte ich den als erstes machen. Oh, ich hab Tinte. Na, hat wieder gut geklappt. Zwei gesetzt. Und ich hab keine Axt, den wegzumachen. Kannst du eine Axt, hast du eine Axt irgendwo? So, da kannst du sie bauen. Hier gibt es noch Eisen hier. Äh... Wo bist du? Hier oben. Wo bist du? So, das war der falsche. Ja. Das brauchst du, das war direkt daneben. Guck mal, hier kannst du schon mal eine Kur machen. Mhm, ich hab das mir zwei gegeben. Ich hab dir eine gegeben. Äh, dann hatte ich doch noch eine im Invertar. Hat ja wieder gut geklappt, okay. Ja, ich muss mal... Ah, Parcours. Guck mal, ich bin bis hier hingekommen, ohne hier rechts die Wand zu benutzen. Okay. So, jetzt weiß ich gar nicht, hier vorne liegt noch ein Stein. Ist der falsch gesetzt? Oder warum ist der da gewesen? Weiß ich auch gar nicht. Hm. Ach, wahrscheinlich sollte der da hin, geh ich mal von aus. Was hab ich schon gemacht? Ach, wir wollten die Treppe komplette Breite machen? Oder wie war das? Ja, shit, jetzt erinnere ich mich. Das heißt, wir arbeiten da wieder was weg. So, hier ist... Ich mach mal wieder Stein, Stein. Wir brauchen jetzt Treppen, ne? Treppenstufen, machst du welche oder soll ich welche machen? Kann ich machen. Gut, dann mach du welche. Die Treppe sollte, glaube ich, bis zu diesem Stein, der hier oben schon ein Stück rüber ragt. Daneben sollte die Treppe bis dahin gehen, glaube ich. Ich mach jetzt erstmal alles mit. Aber so sicher bin ich mir auch nicht mehr. Doch, doch. Wir warten. Hier, da sollte die hoch gehen. Oder? Nee. Belang des Weges, glaube ich. So, ich glaube... Achso, da kann ich ja da machen. Ich kann ja auch erstmal mit Dings weitermachen. Also so. So, diese Wand hier, die kann weg, die ist nämlich dann da falsch. Okay, hier ist der Ofen im Weg, ne? Ja. Jetzt... Obwohl... So. So. Da muss er hin. Da müssen noch zwei Treppenstufen dann drauf, ne? Ja, die anderen kann ich ja schon mal mit. Ja. So, das ist schon mal die Treppe, in dem Sinne... Schön breit, ne? Ja. Hier fehlt auch noch eine Treppenstufe, sehe ich gerade. Ja. So. Jetzt müssen wir nur gucken, wie sie auf der anderen Seite ist. Das heißt, da ist die Mauer. Und dann heißt es, hier müsste sie auch hin. Das Geländer, oder wie man es auch immer nennen möchte. Ja, hat gut geklappt, runtergefallen. Aber hier rechts müssen wir auch noch breiter, ne? Wir müssen mal gucken. Hier ist die Tür. Ja, hier ist die letzte Tür bei den Betten. Die Betten sind noch passend drin, ne? Mhm. Ich mach mal das Gras weg, das sieht ja doof aus. Die Blumen kann ich ja stehen lassen. Meine selbst erstellten Fische. So. So. Hier müsste die nächste Treppe eigentlich anfangen. Ich glaube, so wäre das ganz okay, oder? So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Stück, also zweimal muss ich noch Treppen machen. Den Abschluss muss ich mal hier irgendwann noch hinkriegen. Ich sag aber, so ist gut, oder? So. Wie findest du es jetzt? Voll breit, ja? Ja, du hast gesagt, die Eingänge. Ja, ich glaube schon, dass das passt. Obwohl, diese Treppenstufen kann man ja auch an der Ecke machen, ne? Ja, das hab ich mir auch gerade so gedacht. Das könnte man tun, ne? Dann machen wir das hier wieder weg. Und machen die Treppenstufen so um die Ecke dahin. Der Ofen ist jetzt natürlich da falsch, können wir den irgendwie wegtun? Oder... Das heißt... Der kommt auch weg. Hast du Treppenstufen hier? Ja, ne? Ja, wenn du die abbaust, kriegst du eigentlich welche. Guck mal, guck mal, guck mal hier. Ich hab mehr, wir brauchen hier keine abbauen. Mach mal eine auf den Stein hier oben drauf. Das ist doof. Ich seh grad, warum das doof ist. Wir müssen deine Steine dahinter setzen. Du musst erstmal hier sozusagen welche Glaube setzen, so war das, ne? Du musst jetzt, komm mal hier zu mir gerade, bitte. Warte, du kannst... Wo bist du? Da. Ich bin hier. Du musst erst... Komm mal zu mir, oder hast du es schon geschafft? Ich hab das schon fertig. Nee. Aber es sind nur noch Steine hinter. Hier, dann sieht das so aus. Weil das geht dann nicht anders. Also hier soll die Treppe runter. Guck mal, wo ich gemacht hab auf dieser Seite. Setz mal hier oben auf der Ecke den ersten Stein noch drauf jetzt. Wie? Hier unten, da. Schräg. Wo ich unten bin. Also da, wo du jetzt drauf stehst, daneben müsste einer drauf. So. Genau. Ja. So, das passt dann. Und hier machen wir... Warte mal, wie sieht das denn von innen dann aus? Muss man da was gucken. Ah, nee, dann passt das da nicht ganz. Dann muss das ein weiter nach außen hier. Ah. Ich hab ne billigere Lösung gefunden. Für die Steine, die da jetzt sind. Dann mal das heißt, da... Muss ein Stein hin. Wo ist er denn jetzt da? Muss ein Stein hin. Da sowieso. Und dieser muss noch weg. Na super, wir sollten auch ne Spitzhacken da nehmen. Dann geht das auch. Das heißt, diese Treppe... Wo ist er? Da ist er. Mach's jetzt da hin. Super. Ups. Falsch angesetzt. So. Passt. So, innen ist zu, ne? Ja, genau. Da hab ich jetzt wieder die Stufe hingetragen. So, und diese Treppe... So, jetzt... Dieser Stein muss noch weg. Was machst du denn jetzt? Machst du wieder die teure Variante? Wo bist du? Ich weiß nicht, ob teuer er ist. Hier muss noch ne Treppenstufe hin. Ja, die musst du haben. Ne, die hab ich grad abgebaut und schon wieder hingesetzt. Ja. Hast du noch eine? Ich hab keine bekommen. Kannst du da noch eine Treppenstufe hinsetzen oder hast keine mehr? Warte mal. Hä? Der braune Stein, der kommt gleich weg, sobald die Treppenstufe da sitzt, ne? Brauchst du gar nicht da hinsetzen am Anfang. Echt? Du denkst, du willst die erst breiter machen, nach oben hin? Da muss jetzt erstmal ein Stein hin, wo ich jetzt bin. Ja, das muss so sein. Da muss ich nochmal neue machen. Ja. So, setz da mal eine hin. Ne, das ist doof gelaufen. Nein, nein, so sollte die nicht sein. Die sollte hier oben noch ganz sein, die oberste Stufe. Eine ganz normale Treppenstufe. Gut. Und hier muss jetzt eine um die Ecke, schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, wie man die da hinbauen kann. Wenn ich die da jetzt hinbaue, ist die auf dem Kopf. So, die muss jetzt aber um die Ecke gehen. Das passt dann, oder? Weißt du, wie ich meine? Also, da darf nur so eine kleine... Ja, genau. Wunderbar. So, und dann sollte das jetzt nach hier unten weitergehen. Warte mal, ich mach mal hier das Geländer schon sozusagen hin. So, oder was? Ne, dieser äußere nicht. Der erste ja, der zweite nicht. Hier muss das weg. Was ist denn jetzt? Ah, ja. Warte mal. So. Und daneben müssen alles Treppen runter sein. Achso, warte, du meinst... So. Genau. So soll die sein. Von hier seitlich kannst du dann auch hochgehen. Mhm. Das ist nur die Frage, ob man den... Ja, da mach mal... Warte, ne, 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 stopp die da oben. Lass mal die beiden. Ach. Ich springe... Der, der, der kann weg. Der braucht doch nicht sein, der untere. Den sieht, oder? Doch, sieht man nachher. Warte mal. Diesen hier, diesen untersten können wir auch weglassen. Da können wir eine Stufe schon hinmachen. Knolle. Hier unten noch eine Stufe. Hast du eine noch? Ja, klar will ich. Dann mach mal hier in der Ecke noch eine. Ja, okay. Ah, ich wollte noch einen einzigen Stein. Kannst du mir bitte da reinmachen? Wann hast du die Richtigen? Ne, ne? Ne, das war ja Falsche. Äh, wie das so ist? Ich hab keinen mehr. Oder? Werden immer so gerufen. Da sind ja noch welche drin. Ne, okay. Oh, Mann. Jetzt zerrufen aus. Jetzt ist dunkel geworden. Ja. Das wird ja heute wieder kompliziert mit Steinen machen. Hier in einem Kästchen. Ah, jetzt liegt da. Achso, das waren die. Na komm schon. Wie brauchst du? Einen. Ich hab dir drei gegeben. Vier. Oder vier. Ja, warte mal. So. Mach mal hier unten gerade einen vor. Ja. Oder lass mal gerade so. Wenn wir jetzt hier... Aber das wird zu hoch, ne? Das passt mit der Tür dann nicht. Wenn wir den oberen wegnehmen und eine Stufe hinmachen. Oder passt das dann doch? Eigentlich so. Doch, das passt. Ja, warte mal. Und dann hier vielleicht auch noch einen dran, ne? Warte mal. Wenn wir den wegnehmen und du machst da jetzt so eine Eckstufe hin. Mach den mal. Und wie sieht das dann da unten aus? Mach mal unten noch einen hin. Jetzt in der Ecke. Wo es grün ist. Das geht doch, ne? Ah, warte. Ich hab noch eine Stufe, sehe ich gerade. Aber ich weiß nicht, wie man den da hinbaut. Siehste, ich hab's nämlich falsch gesetzt. Ist klar. Ups. Noch nicht jetzt hier. Äh... Auch nicht, geht nicht. Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Ganz einfach, du musst... Ne, warte mal. Das war sogar richtig, die so hinzubauen. Na ja, was kann ich hier wegschmeißen? So. So, und da muss jetzt... Der noch weg, der rechte hier. Ups. Warte, falsch. Ja, weil der andere daneben falsch auch ist, ne? Ne. Dieser muss noch gerade sein. Warte. So, ja. So, und jetzt einen um die Ecke, oder? Musst du weggehen. Genau, jetzt passt's. So soll sie sein. Gut, das ist prima. Da kann man so hochgehen und dann hier hinkommen. Oder? So, und das andere muss man natürlich noch zubauen, ist klar. Oder passt das nachher gar nicht? Da muss die hier aber auch so. Ne, 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 ne. Das war schon richtig. Da muss noch einer nach rechts. Ne, dann sieht das doof aus. Haben wir was falsch gemacht? Ich glaube, wir haben was falsch gemacht, ne? Nein, die müssen so. Wir müssen hier mit diesen einen weiter rum. Eigentlich müssen die so, aber das geht irgendwie nicht. Ne, ne, ne. Das muss hier noch alles ein weiter rum, Knolle. Diese hier unten sind hier noch verkehrt. Diese auch noch, genau. Da muss noch, glaube ich, eine ganz normale hin. Dann geh mal weg. So. Und die andere muss um die Ecke, glaube ich, ne? So. Weißt du hier, diese teuren Steine? Da muss man da gar nicht hinsetzen. Ja, genau. Das habe ich ja gesagt. Das hat sich ja jetzt geändert. Wir können, die brauchen gar keine sein. Die können hohl sein, oder? Ist doch egal. Ne, da muss einer hin. Dahinter ist hohl. Und sieht das von innen doof aus, ne? So. So. Von innen passt es jetzt, würde ich sagen. Jetzt brauche ich noch eine. Ja. Also jetzt brauchen wir noch eine Stufe. So, jetzt sage ich dir mal, wie man eine Stufe nutzen muss. Habe ich noch eine Stufe? Nein, ich habe keine Stufe. Oh, okay. Ich habe keine mehr. Ich könnte aber welche bauen, ne? Ich habe auch eine jetzt. Ich habe jetzt vier Stück gemacht. So. Ich gebe dir jetzt eine Stufe. Gut. Jetzt erkläre ich dir, wie man das macht. Also. So, ich stehe da vor. Du musst dir mal vorstellen, da wo dein Zeiger ist. Ja. Da ist die untere Seite von der Treppe. Ja. Wenn du jetzt von hier dran gehst. Ja. Also wo ich jetzt stehe. Ja. Da geht die Treppe immer nach oben hoch. Also so wie du so eine Hand hast, geht sie dann nach oben hoch. Ja. Das heißt, du klickst da sage ich. Falsch. Weil du eben halt in diese Richtung stehst. Ah, okay. Du musst also jetzt hier hinkommen. Und da. Genau. Und dann auf dem Boden oder an die untere Stufe von der unteren. Also von der Treppe. Jetzt habe ich es geschafft. Okay, alles klar. Hast du es auch verstanden? Ja. Ich glaube ja. So hat gut geklappt. Nee, der nicht. So, ich habe das jetzt hier schon mal abgerundet. Oder? Nee, der kann weg. wieder kaputt. So, jetzt habe ich die Öfen nochmal weggemacht. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen jetzt noch eine Treppe rausbekommen. Aber das ist irgendwie logisch, ne? Ja. Mhm. die erste Treppe. Zack. Jetzt ist es zu Ende gebaut. Hier auf der linken Seite. So, hier fehlt. Passt irgendwas nicht? Da ist ein Stein falsch. Nein, die sind nicht falsch. Okay, dann sehen wir es später. Das ist nur damit es von vorne schön aussieht. Aber wenn das von hinten nicht schön aussieht. Gut. Okay. Ja, schlafen wir. Aber ich würde auch sagen. Richtig Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.